Da bin ich wieder MeyersTV mit der Familie Konkola. Jetzt werden wir sehen, ob es funktioniert hat. Es steht auf jeden Fall schon mal da. Aufgrund seiner neuen Geschicklichkeitsfähigkeit kann Paco jetzt Teile aus Müllhaufen recyceln und kaputte Objekte reparieren. Mit höheren Fähigkeiten Level werden weitere Upgrades, Gelegenheiten verfügbar. Gut, das kann man hier ein bisschen schwer lesen, vor allem im Gegensatz mir gegenüber noch die Sonne ins Gesicht drückt. Mal gucken, ob es gelungen ist. Das soll er danach noch auffüsten. Da soll man ein bisschen was machen hier. Und warum ist er denn traurig? Grauenhafter Feiertag, weil Feiertag nicht erfolgreich abgestoßen hat. Okay, muss er durch. Er braucht aber lange dafür. Was macht die Kleine? Steigert sie sich? Gut, ihre Energie geht wieder hoch. Sie muss auch bald zur Schule. Dann passt es ganz gut. Und Teile plündern. Na ja, soll er es mal machen. Ja, ihnen ist unwohl. Wahrscheinlich, weil es Katzenklo stinkt. Schlechte Umgebung. Ein bisschen Kühe. Ja, er muss mal was machen. Deswegen fühlt er sich unwohl. Wie ist das denn? Und diese Person mag einfach keine Tätigkeit zu machen, irgendwas mit der Hand zu machen oder irgendwas, ja, sich kreativ mal zu bewegen. Mag er überhaupt nicht. Deswegen ist der Arom ein bisschen komisch. Ich weiß nicht, wie seine Charaktereigenschaften sind. Das soll weggeworfen werden. Ja, aber ich werde nur mal einen Strich durch die Rechnung machen. Ähm, das soll auch gemacht werden. Weil, wenn keine Lust hat, was zu machen, dann lasse ich mal besonders viel machen. Ähm, eigentlich sollte hier noch ein Katzenklo stehen. Ach, durchschauender. Hat er das jetzt weggestellt? So. So. Ähm. So, mal kommen. Katzenklo. Ähm. So, mal kommen. Ja, das macht die Katze froh. So, hier. Gut. Steht wieder ein Start. Was mache ich denn hier? So. Die Kleine muss bald in die Schule. Und ich müsste mal wieder in diese, in dieses Menü rein. In, ja, zwei Stunden beginnt die Schule. Muttern, wo ist die? Die pennt noch. Äh. Vater. Warum geht denn der jetzt eigentlich in den Kleiderschrank? Okay. Es gibt Dinge, die ich nicht begreifen muss. Überhaupt nicht. So, Töchterchen. Du bist etwas ausgeruht, wie ich merke. Du kannst trotzdem noch ein Nickerchen machen. Weil, PC kannst du später noch machen. Ähm. Ja, durchs Nickerchen wiederbelebt, aber ins Bett geht's dir trotzdem nicht. Und, ähm. Bett zuweisen. Wen? Der Kleinen. Gut. Nein. Schlafen. Ja. Äh. Da sie ja nie irgendwie, ich werde jetzt mal eins machen. Diese Couch nervt. So. Weil sie legt sich immer da drauf. Wo ist denn das Wohnzimmer? So, ich werde mal Sessel machen. Na. 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 Wie oft solche nicht draufdrücken. Gut. Dann soll es mal das machen. Dann legt sie auch nicht auf die Couch. Ja. Ich muss den Sims hier echt alles wegnehmen. Was, äh. was die immer hinter die, äh. Das eigentlich zu machen, was sie machen sollen. Ja. Dann soll sie sich da schlafen legen. Hauptsache sie schläft noch ein bisschen. Äh. So, ob es jetzt zur Schule muss. Das wäre echt sinnvoll. Genau. Dann ist es praktisch. So. Sie ist jetzt schon wieder. Was ist denn mit ihr los? Warum läuft sie denn rum wie ein Zombie? Sie ist energiegeladen. Aber die könnte ruhig was essen. Ähm. Frühstücken und er. Das müsste ich auch mal frühstücken. Ähm. Äh. Ja. Sich selbst Zuspruch geben. Und jetzt ist sie wieder fertig. Feuer. Wo brennt's dann? Ach. Du Scheiße. Löschen. Löschen. Löscht sie mal. Äh. Echt jetzt? Ähm. Ähm. Ja. Ist das ein feiger Hase? Ähm. Dem würde ich aber echt die Ohren langziehen. Dem würde ich aus der Wohnung werfen. Ist der bescheuert. Äh. Ja. Brietta ist zur Schule. Gut. Ich bin ja mal froh, dass ihr überhaupt zur Schule geht. Ich glaub's ja. So. Ja. Geh mal jetzt in die Wanne. Ich glaub das brauchst du auch. Dann. Ähm. Ähm. Ja. So. Gut. Sich frisch machen danach. Sich Zuspruch geben. Und ja. Und nochmal sich Zuspruch geben. Änderst du noch das Outfit? Weil du bist ziemlich angebrannt. Ein Schaumbad nehmen. Und danach. Eine dampfende Dusche. Ja. Sie ist traurig, weil der Alte einmal mal wegrennt. Wenn sie da so ein bisschen verbrennt. Das ist doch ein Idiot. Ähm. Ich glaube. Ich werde. Ihn mal. Ja. Was soll ich denn sagen. Ja. Ihn mal. Ich versuche ihn mal aussehen zu lassen. Ja. Ja. Er ist jetzt angespannt. Logisch. Ähm. Er. Naja. Ich muss mal schauen hier. Ähm. Was kann man denn machen? Kummer hat nein. Warum braucht er eine Kummer hat nein? Weil er wegrennt und Angst hat. Gut. Angst ist logisch. Aber. Dass er einmal wegrennt. Und statt einmal Wasser zu holen. Ja. Gut. Oh Gott. Ich sollte sich mal um seine Frau kümmern. So. So. Oh. Äh. Bewunderung ausdrücken. Ja. Es muss ein bisschen was machen. War. Mit Familie angeben. Naja. Familie ist es ja nicht gerade. Ähm. Das was ich gerade gesehen habe. Über Probleme beschweren. Schmeicheln. Ja. Das soll er mal machen. So. Und in der nächsten Folge. Ich weiß nicht ob ich die Familie behalte. Auf jeden Fall ist die sehr komplett hier durch. Also die hatte echt einen Knall. Muss ich zugeben. Der Vater rennt weg. Als Tochter wegrennt ist logisch. Die hat Angst. Aber als der Vater nichts macht. Ähm. Der Vater ist einmal zu faul irgendwas zu machen. Die Tochter möchte nicht schlafen gehen. Ähm. Diese Familie ist total konfus. Und total durchgedreht. Bis auf die Mutter. Ja. Okay. Ja. Muss ich mal gucken. Ob ich die Familie behalte. Und mich mit der rum ärgere. Oder ob ich eine Familie nehme. Die auch mal äh. Was macht. Was man denn irgendwie. Ja. So sagt. So mitteilt. Muss ich gucken. Ob ich das mache. Danach will er was lassen. Guten Appetit. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. 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 Tschüss.